... Ich habe aber wahrscheinlich ein bisschen dabei gerollt und aufgefasst. Auf einmal mache ich den Kopf und denke auf einmal, wo ist jetzt sowas? Und ich sehe nur noch, oh scheiße, und auf einmal sehe ich so wieder hin und runterreicht. Und ich denke, nee, der ist unten. Und der ist so ein Zimmer von Boden. Wow, wie ist denn der gerade? Das ist so cool, dass wir in der Wecke sind. Wir sind in der Wecke, in der Wecke, in der Wecke. Wir sind nach ungefähr drei Meter beim Boden. Dann kommt noch weh. Abgeangeln und voll geschreit. Und dann am Rücken. Ich habe einfach nur gehofft, dass wir die Mieter in der Wecke sind. Aber ich habe auch gesagt, wir sind hier noch einmal in der Wecke. Aber ich habe auch noch die Mieter in der Wecke. Oh, das ist so cool. Ich habe auch noch wie gesagt. Ich habe auch noch einen Bruch auf dem Weg. Ich habe auch noch einen Bruch auf dem Weg. Da bin ich mir. Ich habe noch einen Bruch in der Wecke. Ich habe noch einen Bruch in der Wecke. Und ich bin zu viel. Und ich bin zu viel, denke ich aber, wenn du siehst wie der Heli, Hörst du schon wieder. Und dann geht immer weiter ein bisschen morgens. Ich denke, die Dienische Augen machen oder hunderegen. Das ist diese fünf Wochenende und das ist diese Nase. Es ist eine sehr starke Fächerregel. Die neue Fächerregelung ist sehr tragisch. Die neue Fächerregelung ist sehr gut so. Er bilgte den U-Marsch. Der Fächerregelung ist Pferde und Hücherregelung. Er hat es einen Fächerregelung erläutert.